Hast du es aufgenommen? Nice! Ich glaube, das was uns so ausmacht ist, dass wir halt was machen, rausbringen, die Reaktionen ansehen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Arno Spritz Flow, das ist eine Rap-Crew aus Salzburg, Österreich. Also nicht nur Rapper, sondern auch Produzenten, Videomenschen, in dies, das sind alle dabei. Wir sind ungefähr zehn Leute so. Craig Ignaz, Lex Lugner, Deck Intellect aka Danny Kaye, Drexor, Casino Fork, Monolo, Meilner und Jan Krimi. Heute Abend ist von den Festspielen in Salzburg Abschlussfest, also von der Saison. Ich bin eigentlich hauptsächlich deswegen hier, weil ein paar Freunde legen auch auf. Es sind alle freundlich hier und einfach Spaß haben. Ciao! Hallo! Ohne Eintritt, oder was? Wie viel ist es? Eine Spende. Für eine Feierspende? Ich trinke erst später, wenn ich ein paar Bier getrunken kann. Wenn die Hemmschwere ist. Ich gebe mal einen Schritt, bitte. Den Rest. Dafür, dass Salzburg jetzt keine große Stadt ist, haben wir mega viele kreative Leute im Freundeskreis. Das war echt einfach Glück. Die Motivation kommt daraus, unseren eigenen Style zu erfinden, durchzuziehen und schauen, was damit passiert. Und einfach mit nice Leuten zusammenarbeiten. Die Chemie muss stimmen, dann passt auch alles andere, würde ich sagen. Macht ihr EP, oder was? Ja, sechs Tracks haben wir gesagt, ja. Die machen wir zusammen mit den Beats von Lars Lichtgestalt, der ist bei den Thailand. Das ist er. Ein megakorekter Dude, oder? Er ist für nice. Er ist der Producer von Licht Gang, das ist von El Gooni, falls du dir was sagst. Er ist ein deutscher Dude, der nach Thailand gegangen ist. Über Twitter kamen wir uns schon seit Jahren. Ach so. Schöner Sau. Da wollen wir hinfliegen vielleicht. Ich hab gedacht, du hast so ... Ja, aber Thailand wird mich schon sagen. Bist du schon mal irgendwo hin geflogen, wo weiter weg oder so? Ich bin einmal in meinem Leben geflogen, also zweimal hin und zurück. Aber ich war noch ein Baby. Also, okay. So von Jugoslarien damals nach Hannover. Da haben meine Eltern die Diagnose geklückt wegen der Spinalmuskelatrophie. Und in Kroatien hat es so nicht so gute Ärzte gegeben. Und dann ist halt gesagt worden, ja, es ist wirklich Spinalmuskelatrophie. Bei mir haben wir es heute am Anfang, wo ich ein Baby war, noch nicht gemerkt. Sondern erst dann, wo ich anfangen hätte, laufen zu laufen. Ach so. Genau. Und das habe ich halt nicht gemacht und dann haben sie es nicht gecheckt. Zuerst war ein Humid. Lean back. Lean back. Karat wird jetzt gleich vorbeischauen aus München. Du wirst geraucht wie eine Hooker. Mein Name ist Karat. Ich bin eben heute hier zu Besuch in Salzburg, weil ich mit dem Young Krillen eine EP mache. Lars Lichtgestalter hat hier was Nices produziert und wir haben schon vorgepickt. Wird auf jeden Fall ein Brett werden. Wir haben zwei, drei Lieder angefangen schon online ein bisschen auszutauschen. Eins habe ich sogar selber schon zu Hause aufgenommen und den Rest machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe ein bisschen für die Hook was geschrieben. Ja. Ja, okay. Wie schaut es bei dir aus? Heimsch, Alter. Karasch, Dadesch. Yoga Boys. Yoga Boys. Schon geil. Nennen wir das Lied so. Ja. Richtig geil. Aufs Yoga Team hast du immer gekommen, dadurch, dass Karat, glaube ich, seit einem Jahr vegetarisch lebt und Yoga macht und halt so ein bisschen auf seinen Körper achtet und auf seinen Geist. Und jetzt habe ich mich ein bisschen anstecken lassen. Das ist das Studio. Erzähl dir mal deine Zeilen. Der hat keine Hook, der hat nur hier einen Break und dann geht es wieder normal weiter. Ich versuche nur einfach mal hier, BPM, habe ich herausgefunden, Zeilen zählen und sowas. Sitzt das? Mhm. Cool. Yoga Boys. Yoga Boys. Hey, tu mir bitte den noch ein bisschen rüber nach links. Was genau? Das Mikrofon. Genau. Wie denn. Andyertain Vier arms schreit. Wie die perfume going to death. Im Tag. Ich schreit. Atom war es. Aber nicht mehr Sirenen, sie sind im Tag. programmed fit für eine Reisegabe. Ich realisarie nach illuminating. Jetzt gerade genieße ich es auf jeden Fall, da so Energie und Arbeit und Liebe reinzustecken. Mal schauen, ob es mich in einem Jahr auch noch tat. Weil früher war ich so, auf jeden Fall bitte keine Aufmerksamkeit, nur Underground und so. Jetzt sehe ich es halt anders. Mal schauen, ob es so bleibt. Das war die erste Folge 100% Me mit mir. Ihr habt gesehen, wie wir Tracks machen. Nächstes Mal werdet ihr sehen, wie wir dazu auch ein Musikvideo drehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Ich freue mich, wenn ihr eure Geschichten auch einsendet. Schickt sie in die DMs, schreibt sie in die Kommentare. Der Kanal lebt von eurem Input auch und wir sind gespannt, was ihr zu berichten habt.